Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hot or Not mit Farquaad 3 Blood Dragon. Folge 2 ist angesagt, wir befinden uns hier gerade in der Garnition. Und nochmal als Erinnerung, Hot or Not Gamecheck Format auf Playtimes TV. Im vierten Part gibt es dann ein Gewinnspiel, wenn das Spiel denn auch funken sollte. Deswegen immer schön dranbleiben. Unsere Aufgabe besteht gerade hier, in diese Garnition einzudringen und den Hauptrechner auszuschalten. Und das machen wir wahrscheinlich, indem wir hierhin laufen, genau. Eliminieren Sie alle Omega Force Soldaten und beschützen Sie Spider. Wer ist Spider? Der? Okay. Zack, du bist tot, mein Freund. Ja, ich weiß Bescheid, Lädchen. Oh Gott. Die Typen kenne ich nur aus dem Vorgänger. Also, was heißt Vorgänger aus dem Hauptspiel. Die Juggernauts. Kann ich denn auch Molotov oder sowas? Oh, super. Wunderbar. Alter, stopp. Ei, 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 ei. Okay. Geh du rüber zu dem Steg und räum die ganzen Arschlöcher da weg. Nicht leichter als das, mein Freund. Nehmen Sie den Laufsteg, um sich über dem Feind in Position zu bringen und auf ihn fallen zu lassen. Okay, ein Takedown von oben also. Ähm, möchte ich das eigentlich, oder kann ich den nicht mit dem Scharfschutz ausschalten? Das muss da auch gehen, oder? Sehen die mich nicht? Ich bin doch so auffällig. Ich muss sagen, das Waffendesign sieht sehr geil aus. Also, da haben Sie sich echt Müll gegeben. Bleiben Sie auf Distanz und zählen Sie auf Ihr exquisites Feuerwasser. So, testen wir mal das Ganze. Uh. Funktioniert wunderbar. So, das bist du, Spider. Dich darf in ihrem Schießen. Wow, was war das denn? Ach du Scheiße. Okay, das war einfach. So, du noch dran. Du bist noch dran. Ach, verdammt. So, Handkanaden gibt's auch noch. Die guten einen Handkanaden. Komm, vorwäck, Freund. So. Einen höre ich noch unter mir. So, das war's. Ich muss das sagen, die Musik gefällt mir sehr gut. Oh, yeah. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt. So, alles mal einsammeln hier. Was haben wir hier? Eine Weste. Die brauchen wir auf jeden Fall. Mal alles kurz durchladen. Okay, alles durchgeladen. Super. Kann's ja weitergehen. Das ist ein hochorbitaler, roter Speer. Ich dachte, die Mistinger wären alle abgefragt. Soweit ich weiß, benutzen wir sie noch, um die Nutzlaststreuung in der kanadischen Einöde zu testen. Was für eine Nutzlast? Das will ich gar nicht wissen. Mhm. Missionsziel erreicht. Hauptrechner lokalisiert. Da ist er. Wir haben den Hauptrechner. Sichern Sie die Daten. Zeig mal, was du kannst, Lieutenant. Hey, ich kann auch nichts dafür, dass ich's drauf habe. Alarm, unbefugter Zugriff bemerkt. Kimball-Dunker, Passwort eingeben. Wir haben 20 Sekunden, um Folge zu leisten. Spider. Scheiße, ich weiß. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Sicherheitsgegenmaßnahmen aktiv. Beginn Vorbereitungsdiagnose. Starte Enthauptungsschlagprotokoll. Die Halo entdeckt mehrere Wärmesignaturen, die sich Ihnen nähern. Sie bewegt sich auf Position, Lieutenant. Ich decke dich. Das hoffe ich. Missionsziel. Lieutenant Brown beschützen, während er den Hauptrechner hackt. Ich muss direkt ins System einbrechen. Aber das könnte meine Hauptcortex-CPU frittieren. Hauptsache, du schaffst es. Deine Frau und dein Kind warten auf dich. Rex, wenn das nicht klappt, sag ihm. Sag ihm, ich bin für mein Blatt gestorben. Das sagst du ihnen selbst. Hörst du? Okay. Ich stoße jetzt hinein. Diese beschissen Trashing-Dialoge, wunderbar. Herrlich. Ich habe die erste Ebene der Mikrochip-Bots durchdrucken. Bleib dran. So, das klassische Verteidigen. Oh. Er ist mir zu nahe. Komm mal her, Freund. Ich bin fast soweit. Warum ist das so ein gepanzler Typ? Das gefällt mir gar nicht. Und ich sollte mich mal unbedingt heilen. Sonst verreck ich hier noch. Das wäre sehr peinlich. Das war der Bordwerte rekompiliert. In noch ein paar Sekunden. Missionsziel erreicht. Ich habe es. Ja! Mission gescheitert. Was? Die Staffelbehaltung ist abgeschossen. Koordinaten hochgeladen. Spider! Konzentration, Lieutenant. Was soll ich jetzt machen? Scheiße! Halo 7-3. Sofortige Evakuierung. Lieutenant Brown am Boden. Halo 7-3. Im Rundflug. Rex! Zu große Atmenge! KI beschädigt! Blut! Blut! Enthauptungsschlag, Countdown. Hat begonnen. Sag mir, was ich tun soll! Raketenstaatenautonom. Geh zur Steuertafel. Was? Reiß die Steuerung raus! Auf dem Steuerkasten! Schieß auf den Hinschauen, Rex! Schieß auf! Scheiße! Halt! Finde die Raketensteuertafel für mich! Habe verstanden. Ziel wird markiert. Mission. Deaktivieren Sie sekundäre Röpfchensteuerung. Rakete in Position. Entschlusschlag, Countdown. Weiter. Oh, Weyer! Was geht's denn da los hier? Das ist ja ganz schön aggressiv, die Feinde hier. Oh Gott, ich geh lieber mal hoch. Speicherschaden im Vektor, Omega, Charlie, Sieger, Countdown neu berechnet. 10-90 Sekunden bis zum Start. Speicherschaden im Vektor, Tango, Kilo, Oscar, Countdown neu berechnet. Ai, ai, ai. 10-50 Sekunden bis zum Start. Speicherschaden im Vektor, Tango, Foxtrot, Countdown neu berechnet. 10-50 Sekunden bis zum Start. So, dich nur. Dann haben wir es doch mal. Ja. Komm, Alter. Jetzt aber schnell. Steuern auf. Steuern offline. Countdown abgebrochen. Countdown abgebrochen. Countdown abgebrochen. Countdown abgebrochen. Countdown abgebrochen. Countdown abgebrochen. Gegner können nicht umhauen. Die Schweine. Sehr schöner Tipp. Neustart, bitte warten. Sie sind wieder online, Colonel. Dankeschön, Darling. Für Sie, Dr. Darling. Dr. Elizabeth Veronica Darling. Colonel Sloan? Wir sind's. Sergeant Rex Power Colt. Lieutenant T.T. Brown. Natürlich. Die setzen euch auf mich an? Also das, genau das ist die Definition von Wahnsinn. Darling, Sie sehen vor sich zwei waschechte Mark IV. Die Krone der Schöpfung zu ihrer Zeit. Ich weiß, was mit dir im Gesicht passiert ist. Der Preis der Macht, Jungs. Macht mag eine gemeine Schlampe sein, aber sie ist eine Wildkatze im Bett. Sir, was ist passiert? Man sagt, dass sie desertiert wären. Das muss ein Irrtum sein. Seit der Zerbombung Kanadas und der Besetzung Australiens steuert die Welt auf den Abgrund zu. Wir sind nicht mehr auf Kurs, Gentleman. Und jetzt will die Regierung, unsere Regierung, eine Aussöhnung mit den roten Teufeln. Aber ich weiß, wie wir das wieder gerade rücken. Rex. Der ist irre, Mann. Wie lauten eure Befehle bezüglich mir und Omega Force, hm? Wie genau weiß Washington Bescheid? Tut mir leid, Sir. Ich respektiere sie, aber ich kann nicht... Dann habt ihr ihre gottverdammten Lügen geschluckt. Sehr schade. Hast du meinen Hauptrechner in deinen Cortex geladen? Verdammt doch. Ich weiß, was sie können. Ihr mag vor, seid schlau. Aber leider viel zu unabhängig. Verflucht noch mal. Oh yeah. Man kann jeden Füchser machen. Oder zur Not ausschalten. Sie sind tot. Ich habe euch, Marc, vor all meine Kampfkünste einprogrammiert, richtig? Ich sag dir was. Ich gebe dir eine Chance auf den Lottogewinn, Junge. Brierpatch, bitte kommen. Sergeant Riggs called? Wer... wer ist da? Dr. Elizabeth Darling. Ich habe mich bei der Untersuchung in Ihre Kommunikation eingekehrt. Sloan hat sie von Brierpatch abgeschnitten. Was zum Teufel war das? Ich schicke Ihnen Koordinaten. Dort sind Sie sicher. Und warum sollte ich Ihnen trauen? Weil ich diesen Sloan hasse. Oh. Okay, Doc, wie lautet der Plan? Bleiben Sie ruhig und versteckt. Die Blutdrachen haben keine guten Augen, aber sie lieben Cyborgs und Menschenfleisch. Was? Hallo? Fuck. Scanne Höhlenraum. Ausgang lokalisiert. Mission entkommen. Alarm. Sie haben keine Ausrüstung und sind wehrlos. Vermeiden Sie jeden Kontakt zu Cybersoldaten. Ja, entkommen tun wir jetzt erstmal nicht, denn wir sind schon am Limit angekommen von 15 Minuten. Und ich bedanke mich für's Zuschauen. Wir sehen uns dann im Part 3 wieder von Blood Dragon. Bis dato. Einen schönen Tag noch. Macht's gut. Vielen Dank. Goed. Vielen Dank.